Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Modern Warfare 2 Multiplayer, heute im Hauptquartier, und zwar Dual Commentary. Guten Tag, ich bin der Mr. Pornflake. Tag. Ja, wir spielen jetzt hier mit Einsatzschild. Achso, hast du vergessen. Ja, hast du vergessen. Weil ich spreng mich auch mal selbst in die Luft. Achtung. Und Visier haben wir auch noch drin. Pass auf, im Haus ist er. Ach, hat er im Haus, okay. Stöp. Ja, 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 ich hab ein Schutzschild gerade eingekillt. Haben wir, haben wir, haben wir. Ich komm, ich komm, ich komm. Gut, haben wir. Jetzt verteidigen, oder noch? Bist du gerade verreckt? Nein, ich bin. Ach, das bist du, okay. Nein, scheiße, von der Seite, von der Seite. Hast du? Ja. Perfekt. Ach, ich muss schon ein bisschen zugucken. Gucken wir dir zu. Achso, du kannst nicht rein, bis es zerstört, das geht. Achso, wie lange müssen wir es noch sichern? Keine Ahnung. Bleiben wir noch ein bisschen da. Guck dir so lange zu. Von hinten, nein. Ja, der macht auch jetzt anderes, oder? Ja, die ganze Zeit da oben auf dem Dach. Ja, egal. Jetzt haben wir es geschafft. Ah, ne, die haben es geschafft. Ja, ja. Oh. So. Oh, da hat man wohl bestimmt lustig. Und so? Mach du dir einen Eingang, nicht in anderen. Achso, okay. Dann komm dich hier nicht durch, stell dich direkt einen Eingang. So. Hier kommt keiner mehr durch. Zugestimmt. Jetzt haben wir denn ein Typ da drin, eingeschlossener. Küch für den. Ein anderer Spieler. Aber er ist dann schön ein. Dann zwingen wir den wenigstens dazu, uns zu beschützen. Der soll dann schön einnehmen. Ja, jetzt wird eingenommen. Nehmst du auch ein? Perfekt. Ja, Mann. Jetzt noch verteidigen. Wieder von hinten, Granate. Wie kann die denn da gerade rein? Achtung, hier, bei mir ist einer mit einer Stockgarn, der kommt rein. Ich konnte den nicht. Und jetzt sind wir wieder da, warten. Ach, Mann. Nur noch kurze Erklärung, scheiße, auch in dem Video, Mr. Pornflake. Nicht, dass ihr euch irgendwie verwirrt. Ja, um die Gegner ein bisschen zu mogen. Ja, genau. Ich nehme jetzt die Sniper. Warum? Weil ich mal Bock habe zu snipen. Aber wohl, warte mal. Ich zock mal wieder. Ich komme wieder mit dem Dings. Haben wir es da hinten gespawnt? Ja, wo wurdest du denn gespawnt? Hier, hinten. Ja, ich bin doch direkt am Hauptquartier, ist doch perfekt. Das ist scheiße, ich bin ganz da hinten gespawnt. Jetzt muss ich irgendwie runterkommen, ohne dass ich Schaden kriege. Scheiße. Unten, unter dir, unter dir, unter dir, unter dir. Wo? Wo denn? Ah, der eine ist meine Cremorin, glaube ich. Da war er gerade. Wo ist denn das da oben? Ich mache den Eingang, ich mache den Eingang zu. Ja, den habe ich. Fuck. Ich bin doch unter mir. Oh, ich konnte nur noch zwei holen. Egal, Konter und Aufklärung zu uns draußen. Ich habe gar nichts. Aufklärung, Drohne online. Oh ja, der nimmt genau mich mit der Cremorin. Ich klasche mich immer so in die Ecke rein. Oh, wir müssen uns jetzt erobern. Ich will da ja... Ja, ich weiß. Ich weiß, 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 ich weiß. Ja. Haben wir es? Ja, haben wir geschafft. Okay. Okay. Oh. Das war auch meiner. Da hinten muss ich nicht. Gehen wir schon mal zum nächsten. Sieh. Ah, okay, muss da hinten raus. Ich habe keine Muni mehr. Das ist scheiße. Jetzt aber. Nein, ich habe wieder nur eine Drohne bekommen. So, es ist draußen. Ihr kriegt mich nicht. Scheiße. Oh, ja. Scheiße, ich habe auch mal ein paar. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich hätte mein Visier gehabt, der hat es überlegt. Super. Tschüss. So, was sind die Leute? Äh. Ich bin gerade am zerstören. Perfekt, perfekt, perfekt. Komm, 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 komm. Na, wir haben es. Scheiße. Ach, da hinten bin ich eben gerade. Dann geht er wieder hin. Aber das wird in diesem Haus. Verdammt. Ich habe gerne eine ganz bestimmte Positionen jetzt. Warte. Noch sieben Sekunden. Ich bin jetzt wieder im Schüssel da rein. Bock mehr drauf. Wir zerstören, wir zerstören gerade, wir zerstören gerade. Ja, gut, okay, gut. Geschafft. Geschafft. Nice. Nice. Boah, mit dem RPG doppelt. Ich glaube es nicht. Ich habe es überlebt. Durch mein Schutzschild. Ja, ich vergesse es mal anzumachen. Auf wieder in diesem Riesenhaus. Ich weiß, die liegen auf der Brücke. Nicht so. Oh ja, Leute. Oh ja. Versuchen wir uns. Ich habe LPD und LPG dabei. Da räumen wir uns ein bisschen mit auf. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Wo ist das nächste? Ist doch wieder da hinten irgendwie. Hier. Ja, da. Das Blöde ist, das Schutzschild lockt nur Sprengstoff ab. Aber keine Schüsse. Das Visier. Nein, das Visier macht nur Sprengstoff. Ja, meine ich ja. Ja. Das Schutzschild da für die Munition. Achtung, mit deiner Ohrmach. Hast du überlebt? Gut. Ja, ich habe jetzt mein Schild. Gut. Soll ich schild? Komm, geh hinter mich. Geh hinter mich. Bin ich. Scheiße, wir haben geblendet. Ich kann aber... Ich kann scheiße. Ich werfe auch mal. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt, der Anziger. Ich habe es geschafft. Wir müssen nur noch verteidigen. Ja, ich kann jetzt in der Zeit nicht spawnen. Ich gucke mir ein bisschen zu. Scheiße, vom Fenster. Immer noch der Eingang. Guck, ich höre jetzt mal selber zu. Verdammt, jetzt haben die es geschafft. Wo ist denn das Obkord? Ach, da hinten. Oh, nee. Wieder da hinten. Ah, nee, hier drin. Das ist geil, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich kann rein, ich kann rein. Ich bin jetzt mal meine Taktik-Entschick. Ich kann rein, jetzt hier, so. Warte, da, hier sitz ich dann mal drin. Hier ist perfekt. Hier in die Ecke, wo ich verbinden, muss ich mal rein. Durchsiebehandel einfach mal, oder was? Ja, ich schieße alle Stühle. Nicht unnormales. Okay, ich nehme ein, ich nehme ein. Ich nehme ein, ich nehme ein. Der Schiff, der. Perfekt, das ist gut. Ich schieße alle durch die Wände. Sogar noch durch den Kühlschrank durch, den ich stehe. Haben wir geschafft. Jetzt noch ein bisschen beschützen. Geschafft, ich habe es überlebt. Ach, verdammt. Scheiße. Jetzt müssen wir noch warten. Ich hole dir zu, ja? Da, da. Entschuldige, kein Zahn. Überlebst bestimmt nicht, oder? Ah, scheiße. Gleich habe ich mal Türen hinterlassen, oder? Ich spawne immer irgendwo anders. Double, direkt mit meinem Trackpad. So, ich mache Aufklärungs-Drohne raus. Ja. Aufklärungs-Drohne online. Nein, nein. Was, nein? Scheiße. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Wieso, meinst du? Scheiße, ich bin hier raus. Ah, da bist du. Bin neben dir. Hallo. Hallo. Lass mich vorgehen, lass mich vorgehen. Scheiße, Mist. Das war ein Spray-Day. Muss ich mal einnehmen, jetzt muss ich mal einnehmen. Warte mal. Du bist. Ja, genau. Ich habe 50 Kugeln in den Rhein, der überlebt das ganze Zeug da. Und der Schockgau hat einen Schuss nicht getroffen. Das ist sinnvoll. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Perfekt. Hey, sitzt er da oben drin? Ja! Das Ratyrium bringt echt ziemlich viel Ratyrium? Ja Ja Nein, Mann! Was ist denn scheiße? Warte, ich schicke gleich mal mit der PK gerade mal rein Mann Ich stelle mal ein, ich stelle mal ein Ich stelle mal ein, ich stelle mal ein Warte, was sich bewegt, schießen Scheiße Scheiße, rein damit Hab ich, hab ich, hab ich Ich hab's, ich hab's, ich hab's Das ist alles leer, ist frei, ist frei Es ist alles leer, ist frei, ist frei Geschafft Ja, wie viel der denn noch verhoben Fuck Noch kommt rein bei uns Da bist du ja wieder verlieren, ey Wie lange noch 6, 16 Sekunden Hä? 16 Sekunden noch, wenn du bist frei Fuck Nein Feindliche Aufklärung zur Runde gerichtet Hauptquartier online Ich stelle mal ein, ich stelle mal ein Nein, ich versuch noch zu kommen Fuck Nein Nein, ich hab's fast geschafft Da ist noch jemand drin Da ist noch jemand drin Jaja, da sind noch jemand drin Jaja, da sind noch jemand drin Nein, ich hab's für wen Scheiß Scheiß, von der Seite Jawohl, ein Double Ohne ist online Perfekt Ja, da ist noch jemand drin Ich bin ein Einfach Ja, da ist noch jemand drin macht er die Furt, wenn er auf die Brücke kommt. Trüppel, trüppel mit ihm. Geil. Mit was? Dann auch einfach. Ja. Geil. Sehr nice. Na komm, die dürfen jetzt kein Spiel mehr gewinnen. Ist das halt verlierender, ja. Läuft ja gerade sehr gut für uns. Ich möchte die Punkte verkaufen, wir haben noch nicht ganz verstanden. Unter Drohne da außen. Scheiße. Der Granatenfall wäre hier ganz angebracht. Ich nehme gerade einen. Gut. Oh nee. Aufklärungsdrohne online. Warum hat der jetzt schon wieder zerstört? Aufklärungsdrohne raus. Oh wieder da. Drohne raus. Finden. Finden. Der kommt doch mal raus hier. Oh. Ich bekomme immer nur Assists. Das ist scheiße. Ich bin aber eins von der Predator. Ich möchte da ungern da reinlatschen. Das ist einfach so. Das ist jetzt aber nicht gut. Oh. Nein. Verkackt. Scheiße. Na gut, dann tschüss. Du bist dann jetzt noch in MW2. Ciao. Dann gehen wir kurz raus. Die Aufnahme hier beenden. Hier sind ja vielleicht ganz schön. Dann gehen wir kurz vor.